Musik Swing ist der Tanz des Jahres und der soll dazu benutzt werden, dass wir auf dem Rathausplatz um 13.45 Uhr und anschließend auf dem Martin-Luther-Platz mit so vielen, vielen Leuten, Paaren, Damen, Herren diesen Tanz zeigen. Es ist ein Line-Dance, das heißt also, es wird nebeneinander getanzt. Man braucht keinen Tanzpartner. Das heißt, dass in ganz Deutschland sämtliche Tanzschulen auf öffentlichen Plätzen oder in der Tanzschule oder in der Tiefgarage wird dieser Dance-Mob durchgeführt. Untertitelung des ZDF, 2020